Los, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde MTA. Wieder mit dabei der liebe Kobalt und meine Weligkeit und guten Tag. Guten Tag, Dose. Äh, yo, hau ab. Ich bin ein bisschen, Mann, Alter. Cool, also wir wollten jetzt einfach mal ein Rennveranstalten zu, ganz spontan. Und ich zähl schon mal Countdown 3. Warte, mein Motor ist nicht an, so. 2. 1. Go. Hö. Hat es vor dem Frühstart aber egal, Alter. Mir egal. Ich bin schneller. Ja. Komm, wir holen ein Hühnchen, Mann. Siehst du, guck mal. Hey, der war bei mir. Alter. Danke. Na gut, das war ein tolles Rennen. Ich hab gewonnen. Ja, also. Warum hast du gewonnen? Hä? Wieso? Ich hab's doch bis hin geschafft. Wer sagt, das wird bis zum Schild. Na, hab ich jetzt so gedacht. Hey, Dose. Komm, wir machen jetzt ein offizielles Rennen. Das kann man nämlich auch machen hier. Unten beim... Dings. Hab ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Beim Pokal. Da fahren wir jetzt einfach mal hin. Ich bin schneller da. Na los, hol mich. Hä? Na, hol los. Komm. Mach's hin. Hä? Komm ran. Ich hab kein Nitro mehr. Ja, ich auch nicht. Na und? Hättest du mal früher losfahren sollen. Ganz ehrlich, also ehrlich. Ja. Ah, ja. Ja, du kannst echt nichts. Mein Wagen sieht total nach Telekom aus. Tududududu. Schleichwerbung. Ja, ganz. Aber wirklich. Ich hab gedacht, das sieht ein bisschen mehr nach Rot aus. Aber das ist eher so Magenta geworden. Hm. Ups, Alter. Pack jetzt einfach mal hier. Lüpf. Zupp. Und. Licht aus. Fährdung runter. Handbremse rein. Kommst du? Ja. Ja. Wir müssen immer auf die Nacht zu klabern. Ach genau. So verfährt er sich hier wieder. Nein, ich komm von der anderen Seite hoch. Fertig? Oh. Alter. Das war knapp. Ey. Ich rammel jetzt deinen Wagen. Alter, hör auf. Hier, mach keine Mucken. Bleib stehen. Unsere Wagen sieht total schrottaus. Ey. Leg dich nicht mit einem Cowboy auf. Ja, da, 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 da. Na, los, komm. Ey, jetzt heißen wir auf. Ah. Also, wir fahren jetzt hier ein Rennen. So, Forest PvP. Yep. The Forest. Slash Break. Nee, das brauchst du ja nicht. Gehen sie ja 30 Sekunden, gehen sie zehn Jahre runter. Mach ich trotzdem mal. Nee, brauchst du aber nicht. Geht automatisch weg. 30 Sekunden dauert noch. Ja, das kann noch dauern. Alter. Oh, ja. Dein Auto vibriert bei mir grad voll. Äh. Loy. Brrm. Brrm. Alter, krass. Alter, wir gehen jetzt ans Rennen immer los. Bei mir auch. Das ist einfach nur. 5, 4, 3. Oh, ich hätte Motor anmachen sollen. Oh, auch gut. Frühstart, Alter. Hä? Ich bin genau bei Go losgefahren. Geht doch gar nicht anders. Das sind ja grad echt Wellen. Hä, Wellen? Ja, hier ist überall Wasser. Bist du blöd? Bei dir nicht, mach mal. Hä? Nee. Komm, mach mal durch den Boden. Wellen, Alter. Ja, doch, stimmt. Ja, jetzt hast du auch gerade gemerkt. Alter. Ich glaube, es kommt wieder hoch Wasser. Oh, verdammt. Fast verschlagen, Alter. Wow. Ey, komm mal her. Ja, ey, du bist total langsam. Oh, du bist genau unter mir. Alter, ich auch. Alter. In der Kurve voll. Alter, das sieht voll geil aus, wie du grad hinter mir hergedürftest bist. Ich guck hier wieder einmal zurück. Mich auch. Alter, die Strecke ist ja mega geil. Wow. OS-Kurve. Krass. Ja, komm. Und zweite Runde. Wow, Wasser. Flatsch. Das ist voll dumm mit den Wellen. Man kann einfach nicht aufholen. Aber mega. Aber ich find's okay. Ich fahre nicht so hoch, was du so übelst. Kannst du überhaupt nicht fahren. Dann schwimmt man so ein Schwimmrennen. Ja, Bootsrennen wär auch geil. Putzrennen. Bootsrennen. Ja, nicht Putz. Ja, Boots. Achso, Putzrennen. Wir putzsteller in die Küche. Das wird natürlich Robert, die Hausfrau. So wie Sound. 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 Müsst ihr euch mal eine ältere Folge angucken. Die scheiß Wellen, Alter. Ich glaub, keine Ahnung, welche Folge das war. Sound. Das war die letzte Folge, glaub ich. Und die vorletzte, glaub ich, auch schon. Wo wir unser Gangster-Auto gekauft haben. Der Sound. Oh, geil. Alter, uah. Fast aus der Kurve geflogen. Und. Wieder Ziel-Einfahrt. Und wenn euch dieses Programm-GTA grundsätzlich auf unserem Kanal nicht gefällt, dann seid ihr, denke ich mal, komplett falsch. Alter. Ah. Was ist das denn? Und wenn ihr Abonnenten seid, dann werdet ihr gezwungen, unsere Let's Plays zu schauen. Ja? Hä? Und wer's nicht macht, ist dumm. Was ist denn mit dir los, Alter? Ich hab mich grad voll gedreht, scheiße. Alter! Danke. Ey, er ist voll mies. Kann mir hier abquizzen gefallen. Ganz halt, Alter. Oh, ich hab mich, ich überschlag mich, ich überschlag mich. Wow, okay. Alter, geil. Überall Wellen. Ich hab grad einen richtig geilen Zweirad-Drift gemacht, hast du nicht gemacht? Mhm. Hier kann man mit zwei Rädern einen Drift machen, Alter. Bin auf zwei Rädern gefahren. Äh. Können wir dann auch noch einen Drift machen? Äh. Scheiße. Ich wollte grad ne Abkürzung fahren. Das geht nicht. Die Welt lässt es nicht zu. Ich durfte dauernd durch jede Kurve, Alter. Okay, ich hab verloren. Ich hab was ausprobiert. Ich wollte schummeln. Hihi. Und es funktioniert nicht. Wolltest du bei diesem Berg hochfahren? Ja. Mit dem Weg. Ja. Alter, verdammt. Ich hasse diese dummen Wellen, Alter. Und ich hab mich schon wieder gedreht. Oh. Oh. Du hast gewonnen. Ich hab nichts dafür bekommen. Oh. Ey. Ey. Da gibt's doch noch, glaub ich, ein Rennen. Wollen wir das andere Rennen auch noch machen? Ist, glaub ich, alleine, aber... Das haben wir doch letztes Mal gemacht. Ghost? Ey. Letztes Mal. Wir haben gar nicht aufgenommen. Letztes Mal. Oh. Doch. Das geht jetzt auch zu zweit. Geil. Das ist neu. Du kannst neben mir herfahren. Ich hab erst meinen Motor gestartet, was mir abzockt, gell. Ja, ja. Es geht eh nach Zeit. Ist egal, wann du losfährst. Er dreht sich erst mal. Und ich dürfte fast geil rum. Ja, voll in die Wand. Aber, aber ich find die Wegen voll geil. Alter, die strecke ich's, glaub ich, mega schwer. Die Wegen schon wieder. Die Wegen. Alter. Deutsch, Alter. Sagt mal Wegen oder Wagen. Wagen, ne? Ne, ich glaub Wegen. Alter, das ist der All runter. Guck mal an, übelst. Ja, guck mal, die Tochenlage geht jetzt rum. Voll geil. Alter, ich hol dich nicht mehr. Alter, ich fahr mehr als 400 kmh. Ohne Witz. Wow, die Kurve ist mies. Alter, war die krass. Das macht dir übelst Bock, Alter. Ja, und jetzt geht's auch endlich zu zweit. Letztens ging das noch nicht zu zweit. Alter, voll durchgedreht. Hat's dich auch gedreht, ne? Aber mir egal. Dürften versucht, geht nicht. Hab voll gegen gelenkt, hat aber nicht funktioniert. Komm, zieh, 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 zieh. Komm, den krieg ich noch. Zieh an, zieh an. Hä? Fahrgib ich jetzt eine andere Strecke? Ich bin im rechten Tunnelkanal. Gelandet. Hm. Ja doch, da bist du ja wieder. Ja, cool. Wow. Ja, die leckt es ein bisschen. Ja. Alter, die Kurve hab ich geil bekommen. Alter, ich kleb dir voll am Arsch. Wie deine Arschhaare. Ich kleb dir genauso am Arsch. Na ja. Arsch. Ja, Alter. Boah, das stinkt, ey. Das stinkt. Danke. Verdammt, jetzt sehe ich schon wieder deine Rücklichter. Ich mach mal Licht an. Mach mal Licht an. Dann sehe ich dich besser. Ich bin rausgesprungen. Dein Ernst? Nein. Ich hab auch nichts gedrückt. Ich hab 11 Licht gedrückt, wurde ich rausgeschmissen. Ja, ist normal. Ganz normal. Licht anmachen. Nein. Ja, ich fahr mal wieder. Weiter. Ich bin jetzt auch dran. Kannst du nochmal von vorne anfangen. www+. www+. Was willst du denn jetzt hier? Ich krieg trotzdem eine bessere Rundenzeit hin als du. Ja, bestimmt. Weil du jetzt die Strecke ja schon kennst. Alter, hier ist eine geile Schanze. Alter. Geil. Wow. Oh, mein Wagen brennt. Echt jetzt? Ja, ich bin... Ich hab die Schanze genommen. Oh nein. Auf einmal brennt mein Wagen. Ich bin auf dem Rücken. Ich kann rausgehen. Hä? Hallo? Ich will hier nochmal fahren. Hallo? Network Trouble. Network Trouble. Ich glaub, ich bin gleich raus. Oh, ja. Wenn das da steht, dann wirst du gleich geklickt. Ja, aber Skype funktioniert. Das ist doch mies. Alter. MTA mag mich nicht. Niemand mag dich. Spaß. Ich glaub, ich kurz nochmal aus. Habe ich gerade. Und währenddessen schluckgetrunken. Warum hab ich drei Gramm Drogen dabei? Hä? Cool. So, jetzt geht's wieder. So, jetzt stehe ich zu einem Haus. Ah, ich wollte out schreiben. Verdammt. Hufeisen habe ich viel gefunden. Ja, geil. Ja, geil. Und der 21 für eine spezielle Belohnung. Ey, ich will nicht auf dein Motorrad steigen. Ich bin auf 2.1. Äh, meins. Unsers. Bra... K... Bonusmenü. So. So, und jetzt geht mal Gas, Junge. Oh, ich glaub, die Folge geht auch schon wieder bis ins Unendliche. Ich glaub, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Schnitt. Oder? Einen kleinen Schnitt? Ja, eigentlich ein Schnitt, so. Wie lange geht's hier schon? Keine Ahnung, ich glaub, schon vor lange, oder? Ich weiß nicht. Ich würd' sagen, 20 Minuten mindestens. Oh. Oder? Ja, bestimmt ist das jetzt 14 Minuten im Video und die lachen uns aus. Alter, was hat der für ein scheiß Zeitgefühl. Ups. Na, egal. Ja, ich hab jetzt MP5-Skills und Diegel. Ja, ich kann mal bei mir gucken. Klopp. Ich guck mal noch kurz. Bonusmenü. Klopp. 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 Ich hab Pistole, Diegel, Sturmgewehr, Schrotflinze, MP5. Außer Doppel-SMG hab ich alles. Warum hast du so viele? Na, ich kann's halt. Wo hast du die alle gefunden? Ja. Keine Ahnung. Also, wir sehen uns dann in der nächsten... Oh mein Gott. Ja, Schnauze. Radio war... Alter, ich will abmorturieren jetzt. Sei das im Haul. Ja, ich abmorturiere immer. Ja, dann mach du doch. Alter. Ja. Okay, ja. Ja, Alter. Leute, wenn euch der Part gefallen hat, dann bitte kommentieren. Was auch immer. Ist mir egal. Auch wenn's euch nicht gefallen hat, dann schreibt, was wir besser machen können. Ja, und gebt einen Daumen runter, damit wir's sehen können. Nee, nee. Wenn's euch gefallen hat, dann gebt trotzdem einen Daumen hoch, dass wir sehen, was ihr uns mögt. Hä? Ja, okay, also... Sieglose Folge. Die Logik geht schon wieder flöten. Ja. Ja, okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.